Oh, ging es ehrlich? Oder nur ich? Nee, nur du. Ach verdammte Scheiße. Oh mein Gott Simon. Wie gedacht Sinn! Weg mit dir! Gekillt worden. Ja! Haben ihn endlich! Und nochmal! Grüß dich! Komm her! Und ich... Bitch! Ich bin von mir! Oh Mann, ich guck nach hinten, ey! So nämlich! Boah, Gott! Alter, was war das denn? Der war ja im Zelt abgefälscht, Alter! Boom, Junge! Im Auge freist du richtig mit, ey! Was war das? Das ist nicht dein Ernst! Was? Das ist nicht dein Ernst! Ich war einfach... Ich war einfach... Wie kann man denn den Ball nicht treffen? Hast du mal gesehen wie Peters Schnauze stand? Ja! Ich flieg eigentlich in unser Tor zurück! Ja! Das ist gut so, Marius! Weil der Fall geht und kommt auf unser Tor! Ja! Zwei gejerked! Aber jetzt muss einer rausholen! Hallo! Da! Mach ihn Marius! Na vorne! Na vorne! Na vorne! Na vorne! Na vorne! Na vorne! So richtig! Na. Na vorne! Na vorne! Da wird er schon krampfhaft! I conjuni! All das schon seltsanlust! Komm ich hab den Weg vor gemacht, Junge! Ja, hab mich alles voll schaut! Ich drüppel mich sein Auge! Was machst du denn? Ja, ich hab den nicht in meine Fresse bekommen! Ah, ich hab ihn! Das war mein... Oh mein Gott! Ich hab ihn gehabt! Das, 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 das! Okay, dann mach ich halt dich rein. Du hast ihn da halt reingebaut, aber ich hab mich da vorgestellt. Ja, ja. Deswegen, das war ja extra die, die Aussage. Nicht, nicht weiter pushen. Captain Marvel? Oh mein Gott. Ja, danke, dass du jetzt dreimal gesagt hast. Ich hab's gleichzeitig... Nee, nee, ich hab's gleichzeitig... Ja, dann nehm ich mal auf, wie es bei mir anklangt. Oh, Peter! Was? Was war das denn für ein Winkel, Alter? Scheeeesh, Digger! Das war ja ein mieser Winkel. What the fuck? Wie geht der denn da rein? Däger. Lass, 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 lass! Hahaha, nice, Peter! Hast du's gleich gemacht, wie ich mit Morris? Alles. Peter sollte nur den... Peter sollte nur den... Lass, lass, lass! Ich bin still! So ungefähr wie du, Morris. Ich... Ich... Oh! Junge! Hör auf, mich rüst zu ballern, hier! Ja! Komm, du Scheiße, Alter! Hahaha! Hahaha! Ich... Oh mein Gott! Ach so, das ist ein Punish Reason! Vorbei! Vorbei! Hehehehe! Hehehehe! Langerlich! Ah, zwei! Der kommt in die Mitte! Schön! Genau, dann, wenn ich fliege... Ist besser, als vorbeizufahren! Warum wartest du denn da so lange? Warum bringst du denn überhaupt nach... Ach wie geil. Ja, aber du hättest es dann auch über mich drüber laufen können. Hä? Wo? Nee. War schon Bild enttäuscht. Ja, von dir, ne? Nein! Der hat mich da reingeböllert. Der hat mich da reingeböllert. Schwierig. Guck mal, dafür gute Vorlage in der Mitte. Ja, machen wir jetzt zu spät, ey. Mann! Ja! Äh, die, aber auch! Der hat fast schon so B, dass es schon fast ein C ist. Ja, bitt. Nein, so ist es jetzt auch nicht. Reiter, Junge! Geil! Alter, Peter hat mir den Ball geklaut. Ich fass es nicht. Ich sag mal, fass du aus von dir. Ich fass es nicht, Peter. Das hast du nicht gemacht. Tschüss, Peter. Tschüss. Ja, sie war's nicht. Gut gelassen, Morris. Kein Problem, kein Problem. Lass 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 lass. Ich hab' ihn gelassen! Ja okay, go. Mal, wie du lässt. Lass 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 lass, lass lass. Böllert Marius am Bestandessen weg. Ich hab das Bein nicht berührt. Ich hab das Marius berührt. Maus hat nie gesagt, dass du mir den Ball lassen sollst. Du hast einfach nur gesagt, du sollst es generell lassen. Ich hab gelandet. So, wenn wir grillen, dann machen wir Freitag dieses Barhopping-Scheiß. Ja, und so ist es Samstag. Peter, das kommentier ich jetzt einfach mal nicht. Guck mal, guck mal da links! Man hat nichts gesehen. Man hat nichts gesehen. So, Maus, ich frage mal, wann fängt das denn an? Keine Ahnung, das ist abends halt so. Ach so, Peter das Ohr dreht. Der war geil, Marius, ganz einfach. Ja, natürlich. Der war auch notwendig. Nein, ich soll... Was hast du gemacht? Ich sollte da losfahren. Du wolltest da losfahren. Klar, Junge. Ich kriege gleich einen kompletten Tubsuch-Ausrasser. Ihr habt doch vergeil, Marius. Das war geil, Marius. War geil, Marius. War geil, Marius, Junge. Scheiße. Boah, der passt auch genau, ja. Boah, Marius, danke. Sonst hätten wir uns gleich im Repair den richtigen Volksverrat angucken müssen, Alter. Gibt ja zu, dass ich dort Scheiße gebaut habe. Nach vorne, Boys, nach vorne, wir können nur noch verlieren. Aber keine Vorlage. Drei Sekunden haben wir noch. Marius hat die Polizei, Digga. Oh shit, wir suchen die ganze Zeit. Alles gut, ich habe nur nicht ready gemacht mit Absicht, aber... Du hast noch einen Moment Zeit, alles gut. Ich bin gerade hier Pilze am schneiden. Alles gut. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann, ich muss doch nur nur kurz das Pilze zu Ende schneiden. Alles gut, alles gut, alles gut. Das sah so lustig aus. Was? Okay, ich hab... Wtf, okay. Oh, 2-0 für uns? Ich hab einen Stand, Digga. Wirklich, ich schwöre. Ich schwöre? Oh Mann. Was hat das? Dafür komm ich wieder. Tireless Trial Heart. Ja. Komm, die machen wir noch fertig, Pilla. Ich hab dich enttäuscht. Ich werde jetzt einfach stehen, damit die denken, uh, der ist ja wirklich wieder afg. Ja. 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 Ja.